Man ist nicht scheiße langweilig so. Du ziehst dir aber auch ab, was ist los? Und die Hitze noch? Ja, Mali. Weißt du noch Mali? Stink, langweilig hier. Ja, naja, klar. Aber warm ist hier? Und langweilig, wie immer. Wie immer. Was suchst du? Ja, klar. Aber eigentlich hab ich Bock auf Action. Das ist auch was. Das zauber was. Wollen wir richtig einen loslegen? Dann komm ich doch raus vom Hocker raus hier. Guck mal, da rufen wir Nick noch an und dann gibt's richtig Koloper. Den Ongel, Nick? Den nehmen wir mit. Ich bleib da mit. Und, was nehmen wir mit? Das ist auch so eine Tüte. Gute Tüte. Den brauchen wir auf jeden Fall irgendwas zum drüberschmeißen. Einfach Schlamotten. Die können auch hinüber gehen. Komm, wir nehmen auch Trainingszeug hier. Ja, klar. Dann haben wir hier Trainingswaffen noch. Schlittschuh-Zahnschuhe. Gut. Stopp. Was mit Stopp? Auf jeden Fall. Ein Stückchen. Einseitsstiefel. Noch einen zweiten mit Holster. Und auf jeden Fall Reste. Komm. Alles rein. Reste hier. Wer ist der Gute? Nick, heute noch der Gute. Komm, wir machen böse. Wir machen die Böse. Wir machen die Böse. Ja. Komm, wir kommen auf. Ah! 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 Ja! Ja! Ah! Ja! Ah! Ja! 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 Wako, jemasko! Jemasko! Korya! Ja! 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 Ah! Ja! Geht noch! So viel raufgeknüppelt geht immer noch! Sehr cool! Mann, Mann, Mann! Alter Fritz! Wow! Ja! Ja! Ja!